Come on! Einen Namen hättest du dir für diesen Preis auch ausdenken können. Hä? Alright. Hi, ich heisse Daniel. Keine Seltenheit als Schweizer Kind der 90er. Möchte mich aber nicht beklagen. Passt so für mich. Schliesslich brauche ich so oder so rechtlich einen Namen. Laut Zivilstandsrecht in der Schweiz muss dieser spätestens drei Tage nach der Geburt eingetragen werden. Deutschland gewährt mit maximal einem Monat allen unentschlossenen Eltern noch etwas mehr Gnadenfrist. Aber dann braucht das Kind zwingend einen Namen. Gäbe es in der Kunstwelt eine Namensseparade, wäre ohne Titel bzw. antitlet wohl Spitzenreiter. Viele Werke tragen tatsächlich keinen Titel. Eines der teuersten amerikanischen Bilder aller Zeiten zum Beispiel heisst Antitled. Gemalt hat es Jean-Michel Basquiat und in seinem Portfolio finden sich noch über 60 weitere gleichnamige Werke. Wie originell. Und aus kommerzieller Sicht wie unpraktisch. Lustigerweise ist das Titelproblem auch erst ein Problem der Moderne. Davor war der Titel nichts weiter als eine Beschreibung des Inhalts wie «Weier im Walde» oder «Die Hochzeit von Heinrich und Gisbeth». Da war der Name Programm. Spätestens als es aber kunsthistorisch abstrakter wurde, häuften sich die unbenannten oder lediglich nummerierten Werke. Liebe Grüße an Marc Rothko oder Pablo Picasso. Tatsächlich erhielten viele berühmte Werke ihre Bezeichnung nicht von den Kunstschaffenden selbst, sondern von den Menschen, die sie verkaufen oder ausstellen wollten. Aus Sicht des Künstlers oder der Künstlerin sollte die Kunst für sich sprechen und vom Publikum unvoreingenommen betrachtet werden können. Jede Art von Titel gebe da zu viel vor und störe die Fantasie. Es limitiere die Interpretationsmöglichkeiten. Diese, nennen wir es frech, Ausrede, merke ich mir als Vater für das Telefonat mit dem Zivilstandsamt. Nein, ich möchte meinem Kind keinen Namen geben, sonst nehme ich schon zu viel von seinem Leben vorweg. Da soll sich jede Person selbst ein Bild machen können, ob das jetzt für sie oder für ihn ein Kevin oder eine Nina ist. Okay, ein Funkenverständnis habe ich für die Haltung der Kunstschaffenden, sich gerade bei abstrakten Werken nicht auf etwas Plakatives wie ein Titel festlegen zu wollen. Aber gerade bei hochgehandelter und teurer Kunst denke ich immer so, come on, einen Namen hättest du dir für diesen Preis auch ausdenken können. Vielleicht spricht er aber auch nur der Frust, da ich mich, sowohl privat als auch beruflich, schon in vielen Brainstormings zur Namensfindung befunden habe und ich so gerne einfach mal gesagt hätte, ach komm, wir lassen es und geben dem Ding keinen Namen. Klar, der Ball liegt auch bei uns, dem Publikum. Wir sollten den Titel nicht über alles setzen und ihn als Erklärung für alles nehmen. Kunst darf und muss Raum zur Interpretation bieten. Wir sind quasi in der Pflicht, selbstständig weiterzudenken und zu fügen, was das Bild, die Installation oder der Song uns mitteilen möchte. Falls uns der Künstler oder die Künstlerin später noch mehr erklären wollen, dürfen sie das gerne. Das ist dann aber fakultativ und steht definitiv nicht im Gesetzbuch der Kunst. Übrigens, ein Enkel von Papro Picasso hat mal gesagt, Picasso almost never gave his works a title. His friends, agents and curators did it for him. Falls du also mal einen Freund für die Namensgebung brauchst, ich, Daniel, bin da für dich. Also, ich habe hier, das ist ja auch genau. Ich kann mich bei uns nur, die Künstler oder die Künstleren. Das ist ja auch gerade. Wenn du natürlich auch〜 wasst, weil das Künstleren sein soll, ich habe dieser Künstleren gedacht, dass wir die Künstleren sehen, dass es wiederбdinanden haben. Vielen Dank.